Willkommen zur neuen Folge und heute erkläre ich euch den Maßstab. Viel Spaß! Der Maßstab gibt an, wie groß das Modell verhältlich zum Original ist und erkläre ich das mal an einem Beispiel. Dieser Matthias hier ist zum Beispiel im Maßstab 1 zu 14, heißt er ist 15 mal kleiner als das Original. So, das war's ihr heute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und bis dann!